Videopost von Krausini Hallo lieber Tanzverbot, mein Name ist Toni Krausini und ich möchte dich hiermit bitten, in meine Sendung zu kommen. Was hat es damit auf sich? Du hast vielleicht schon mitbekommen, Worldwide Wohnzimmer, die sind unweit von hier in Düsseldorf, die möchten ja schon sehr lange, dass du in deren Sendung kommst, doch die sind etabliert, die sind schon lange nicht mehr Street, die werden von Funk unterstützt, die sind also schon lange nicht mehr Real. Ich sitze hier alleine in meiner Einzimmerwohnung, habe ganz kleine Abozahlen, habe keine Werbung, ich bin Street, ich bin Real, komm als erstes in meine Sendung, dann würde ich dieses Battle gewinnen und das würde mich sehr, sehr freuen. Also Tanzverbot, ich mache, ich führe dir Frauen zu, ich fütter dich mit Schokolade, ich mache was du willst, mit meinen 45 Jahren zeige ich mir die Welt. Ich lade dich herzlich ein in meine Show Krausinis Extrablatt, wir sehen uns, ich freue mich auf dich. Schreib mir!